Was ist Yamasaki Mazzak? Yamasaki Mazzak ist einer der weltweit führenden Hersteller von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. Mazzak ist global aufgestellt und wir haben ca. 80 Technologiezentren weltweit zur Unterstützung unserer Kunden vor Ort. Die Integrex E500H ist eine der neuesten Innovationen aus unserem Produktprogramm und hier ausgestattet optional mit einer Siemens Sinomeric 840DSL. Die Integrex E500H ist geeignet zur Bearbeitung besonders großer Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 3 Tonnen und bis zu 3 Metern Länge. Wir setzen hier mit der Sinomeric 840DSL auf ein Konzept, was uns besonders gut unterstützt bei der 5-Achst-Bearbeitungstechnologie. Auch für die Multitasking-Bearbeitung ist diese Steuerung sehr gut geeignet. Mit der Bedienoberfläche Sinomeric Operate und mit der Funktion M-Dynamics bietet die Siemens-Steuerung sehr viele Möglichkeiten für die effiziente Bearbeitung, für eine einfache Bedienung sowohl einfacherer Werkstücke als auch sehr komplexer Konturen und Werkstücke. Damit sind wir sehr gut ausgestattet. Gerade im deutschsprachigen Raum sind wir in der Lage, mit dieser Siemens-Steuerung einen erweiterten Kundenkreis anzusprechen. Dieser Kundenkreis ist dann in der Lage, bewährte Matzak-Technologie einzusetzen in seiner gewohnten Umgebung.